Der ehemalige Trainer von Borussia Mönchengladbach, Dieter Hecking, erlebte große Momente im Verein, insbesondere in der Saison 2018-19, als er die Mannschaft auf den fünften Platz der Bundesliga führte und sich damit einen Platz in der Europa League sicherte. Trotz dieses Erfolgs wurde Hecking von seiner vom damaligen Sportdirektor Max Eberl verkündeten Entlassung überrascht. Zwei Monate vor Saisonende, im April 2019, traf sich Eberl mit Hecking, um ihm mitzuteilen, dass der Verein mit einem neuen Trainer, Marco Rose, weitermachen werde. Gladbach lag zu diesem Zeitpunkt auf dem fünften Platz, hatte aber mit nur einem Sieg in sieben Spielen eine instabile Phase hinter sich. In einem aktuellen Interview mit der Rheinischen Post erinnerte sich Hecking, der am 12. September 2024 60 Jahre alt wird, an die Überraschung seines Abgangs. Seiner Meinung nach kam die Entscheidung unerwartet, da sein Vertrag verlängert worden sei und Pläne für die nächste Saison im Gange seien. Ich hätte nie gedacht, dass das passieren könnte, sagte Hecking, heute Sportdirektor beim 1. FC Nürnberg. Der Schock war größer, weil die Ankündigung am Tag nach der Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf, am 30. März 2019, erfolgte. Eberl besuchte Hecking, um ihm die Entscheidung mitzuteilen, und der Trainer hielt es sogar für einen Witz vom 1. April. Ich dachte, es wäre ein Witz, aber mir wurde schnell klar, dass er es ernst meinte, erinnert sich Hecking. Nach der Nachricht überlegte Hecking, seinen Posten sofort aufzugeben, da Gladbach noch um einen Platz in der Europa League kämpfte. Ich dachte darüber nach, sofort zu gehen, aber die Situation war kompliziert, kommentierte er. Obwohl er erschüttert war, blieb er bis zum Ende der Saison. In den letzten sieben Bundesligaspielen holte Gladbach acht Punkte und sicherte sich damit den fünften Platz und den Einzug in die Europa League. Heckings Abgang war würdig, denn der Trainer beendete seine Zeit beim Verein positiv. Hecking sagte, dass er heute keinen Groll gegen Eberl hege. Sie lösten die Missverständnisse und pflegten ihre Freundschaft. Wir hatten zweieinhalb erfolgreiche Jahre in Gladbach und es ist wichtig, das Berufsleben vom Privatleben zu trennen, wenn man befreundet ist, sagte der Trainer. Was halten Sie vom Abgang von Dieter Hecking? War es damals eine faire Entscheidung von Max Eberl? Hinterlassen Sie Ihren Kommentar und teilen Sie Ihre Meinung zu diesem bemerkenswerten Moment in der Geschichte von Borussia Mönchengladbach.